kann ich wechsel mal mein Kapselmonster auf und dann mit den Wachen einfach weil es ein Umlichtgegner ist und also Totengegner und da wer äh relativ nicht so gut gegen hier haben wir Phönix und Noodaba 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 BAM ja Phönix tschüss yes, 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 yes ich hab auch nicht wechseln müssen ah ja du bist schon satt, stopp dir ja du irgendwas ok weiter geht's hier hier da passt hier und ich bin ich bin ich bin stark genug oh der will aber kämpfen na gut na gut na gut dann kämpfen was was fehlt eh ja da ja da ja da ich bin ich bin ich bin ich bin da ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin zu tun mein lieber QX das das war's das war's das war's das macht das Geld das kann auch mal was machen das war's das war's das war's okay ja das war's PA du mas fennix finde dem phoenix und du Mas nur dabei DEM DEM nimm das dam dam okay Phaenix Okay Wird das funktionieren? Ich glaube nicht Doch, geil Ein untoten Gegner hat sowas funktioniert Wow, geil Oh Nein, er hat mich verarscht Wie konntest du nur dafür? Wirst du jetzt sterben? Ups, du bist ja schon tot Ha, 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 ha Ähm, ja Okay Auch geklärt Okay, mach rum Und ähm Geht mal sterben Das wär nett Jetzt hab ich das schon wieder gesagt Ihr seid ja doch schon tot Dann könnt ihr nicht wieder sterben Ähm, ich vergesse das immer wieder Tut beleid, Leute Ja, naja Ich bin nicht voll ganz okay Die Wurme Wow, nicht viel Schaden Aufgegangen Natürlich Tja Was Terminator 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 Tatsächlich Okay Okay, das kann weg Höhen Dings nicht mehr Äh, 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 äh Oh Gott Schauen wir erstmal auf Den Hammer Und dann gucken wir uns um Das ist eine Kiste Heilpatzer Oh So kannst du ja nicht Geil Könnte den noch nehmen Hört die Kapp hier vollständig auf Oh, ich will ja nicht Ego-Kraft eingelassen Was alle heilt Guck mal, das gibt nur eigentlich volle Heilung Dann werde ich die Rüstung für Ich mag, äh, hier den Helden geben Wenn ich nach dem Tod das Panzer anstellen lasse Oh, hier kann ich gar nicht fragen Außer hier Ich sehe, ich gucke genauer hin Ich sehe, dass da nur unsere Mauer ist Achso Okay Hier Schlüssel Bin ich hier, okay Äh, was Achso Das ist sehr interessant aus Oh Gott So viele So viele Fucking Gegner Hm Na gut, komm Kann man nichts machen Jetzt wollen wir mal an das Popo machen Und hoffen wir, dass das jetzt alles gut geht Lala 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 Dann freu ich mich Dann freu ich mich Nein Schattenmacht Oh Gott Ich tue gerade, wie er schluckt jetzt Nimm das Das bringt nicht viel Das bringt schon etwas Ja, ja Moment Moment Momentu Bombe, hier Bombe, ah mit der Bombe geht's, das wollte ich gerade schon sagen, jetzt bin ich also hier, ich fixe das Hammer, der ist cool, BÄM, BÄM, Tschüss, ähm, Okay, das scheint erweigen, oder? Ja, ich habe ja sowas gerade schon, das ist schon dabei so gedacht, aber natürlich habe ich auch noch recht, ganz toll, okay, geh jetzt weg, BÄSER DINO, So, diese Tee-Wick, Hm, den ganzen Weg noch mal, ich dachte mir so, sowas schon, ich bin da oben, aber, ob ich will es trotzdem, das war nicht zu vermeiden, Fett, damm, dein Geist ist so suzlos, das ist ein paar, Lalalala, Lalalala, Warum passiert sowas nur mir? Lala, du bist tot, Lala, Lala, Phönix, Kabam, Das ist nicht gebraucht, Hm, so, Phönix, Phönix, Trotz der Mann noch, ich krieg, oh, Adria, Länge MP, ich krieg, also, das ist wirklich gut, okay, danke, so, die Saubertasche, Zaubertrag, Zaubertrag, komm, so, das reicht jetzt erst dann doch mal, ja, Schlüssel, hm, ich hab' ich seh' jetzt, was ich machen muss, okay, permee, wihtela, mutina mal, die verdiere, sie müssen noch mal, 준al 가는わ usar, denn, »ASSALGENER« seine Gem thrash-, Hört, Okay, machen wir Drachen. Drachen gegen zwei Drachen und ein Dino. Was gewinnt? Okay, das ist ein großer Wasserdrachen, der auf meiner Seite ist. Kabam. Giftroute, okay. Noch ein Drachen. Dem, 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 dem. Diese Musik, die ist so wunderbar. Okay. Du Bastard, du hast Platt hier auf den Gewissen. Jetzt weiß ich nicht alle. Aber sowas von. Na super. Was ist hier? Oh, der Tierweg ist langsam als geil. Was mich aber noch mehr wundert, ist, dass er immer noch lebt. Und das. Geil, wurde aufgestuft. Äh, und... Wir sollten mal wieder heilen. Ja. Ja. So. Genau, das ist okay. Er hat so gedacht. Mal gucken, was das ist. Und was. Okay, hier hoch. Geh ich hier, okay. Und jetzt muss ich. Äh, äh. Hier noch was. Äh. So, hier rein. Dem, dem. Na ja, hoch, runter, äh, Gegner. Egal. Alles, Juwel. Äh, wo ist der richtige Weg? Äh, das ist das Juwel. Schauen wir mal an. Angriff geht ja sauweit nach oben. Angriff geht ja sauweit nach oben. Ein mysteriöses Reweil, dass eine böse Kraft in sich brandt. Wow, der Angriff geht um 105 hoch. Berteidigung, Sing. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.